Es ist das beste Opening aller Zeiten, was ich je gemacht habe. Wahrscheinlich, was ihr je gesehen habt auf YouTube. Pures Gold. Alright, 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 Leute, willkommen zu Clash Royale. Und zwar der Super Magie-Truhen-Opening. Satte 40 Euro schiebe ich dem Entwickler in den Arsch nur für diese eine Kiste. Für 522 Karten, für 17 epische und 104 seltene. Das wären 17 epische von, lasst mich raten, Skelettenarmee. Und von den seltenen die Skelettengrube. Das ist eine gute Karte, die ich immer benutze, ungefähr 0 mal bisher. Aber holy shit, das ist wahnsinnig teuer. Das ist so fucking teuer. Wie kommt man drauf, so eine fucking teure Kiste einzupacken? So, seid ihr bereit? Ich kann das Geld eh nicht mehr weggeben. Ich meine, ich habe die Gems, ich muss es ausgeben. Theoretisch könnte ich jetzt 10 mal die Magical aufmachen. Aber das reicht mir auch nicht mal wirklich. So, aber stopp, bevor wir das machen. Ich habe noch eine Magical-Castion-Chest bekommen, die ich hier random getroppt bekommen habe. Aber deswegen, heute ist 100%ige Prinzessin-Garantie. Einfach, weil ich Bock drauf habe und ich mache die auf. Ich mache die auf. 700 Dollar, äh, Dollar. Dollar regiert die Welt, Dollar regiert auch Cash Royale. Und von daher Skeletten. Sag ich doch. Das wären super 500 Karten, super Magical. Auch Bombenturm. Eines der einzigen Karten bei mir, die Level 6 haben. Aber, ja, gib mir ruhig mehr Karten davon. Ich habe ja noch nicht genug von. Äh, nicht wie die anderen Karten, die ich so benutze. Komm an. Du hast noch 5 Mal die Chance, mir eine Prinzessin zu geben. Die kommt wahrscheinlich eher zum Schluss, ne? Und die Walküre. Sack. Ja. Ja. Äh, Pfeile. Sehr schön. Kann ich endlich auf Level 8 bringen. Und dann mit Level 8 kann ich endlich mal andere Prinzessinnen töten. Weil ein Level 8 Pfeil kann Prinzessinnen mit Level 1 töten. Mit einem Level 7 nicht. Und das geht voll auf den Sack. So, Bombe. Ja. Habe ich aktuell nicht im Deck, aber kann man vielleicht immer wieder gebrauchen. So. Elfmal Rakete. Das ist super. Die letzte. Die letzte Karte. Episch oder Legendary. Na, wir machen ja noch die Supermacht. Episch oder Legendary. Legendary. Do it. Ah. Nicht der schon wieder. Warum immer der, ey. Ich habe das Gefühl, dass das Riesenskelett ist bei mir die einzige epische Karte, die halt immer wieder reinkommt. Ich hatte nichts gegen den Ballon hier mal, ne? Ballon, der ist immer noch auf Level 1. Aber nein, das ist immer wieder der Riese. Oder der Spiegel, den habe ich überhaupt noch nicht. Wäre auch mal was, oder? Wäre das nichts für mich? Okay, das war die Magical Quest. War nicht gerade durfte. Aber die war umsonst. Von daher, geschenkten Gaul, sagt man nicht. Maul. Nein, was? Würde ich da auch einen geschenkten Gaul haben. Oh, 3700. Super Magical. Ich hoffe, du bist super. Gib mir die Supermagic-Stil-Kiste, die ich je gesehen habe. Hau mich weg, game. Okay. Sieben Karten. Sieben coole Karten sind das. Die erste Karte ist... Okay. Ich gebe auf. Ich höre auf. Eines von sieben Karten und es ist schon wieder dieses verfickte Riesenskelett. Gib mir siebenmal Golem oder sowas. Oder nochmal Pekka. Ich will den Pekka endlich auf Level 3 haben. Level 4 wäre noch geiler. Aber die zweite Karte und Blitz. Ja, kann man vielleicht gebrauchen. Habe ich bisher nicht gebraucht. So, die nächste epische Spiegel. Gleich dreimal. Gut. Hatte ich bisher nicht. Ist meine Karten jetzt mehr oder weniger vollständig. Bis auf die Legendary. Aber ich habe nur noch vier. Nur noch vier. Und ich kriege noch seltene. Seltene Karten und normale Karten. Es ist nicht mehr viel Platz für eine Legendary. Game. Komm an. Okay. 300 Mal da kein Horde. Das ist super. Damit können wir vielleicht sogar direkt auf Level 9. Und die Rakete. Ah, scheiße. Fuck. Oder fünfmal Rakete. Und der Ballon. Ich habe mich gerade über den Ballon und den Spiegel beschwert, ne. Warum mache ich das? Der Ballon ist nicht in meinem Deck, aber kann gefährlich werden. Und boah, auf welchen Level können wir den kriegen? Level 2, Level 3? Vielleicht. Ne, Level 4 reicht nicht ganz. Aber auf jeden Fall Level 3, Level 4 mittendrin irgendwie. So, letzte Karte. Epische Musik. Epische Musik. Mit epischer Musik wird immer alles besser. Alles wird besser mit epischer Musik. Und wisst ihr, was noch besser wird? Ich lasse euch drücken. Ich halte das jetzt hier so dran, ne. Ja, okay. Das spiel gut. Das habe ich bei Case Clicker immer gemacht. Ich halte das Handy immer dran. Ich sage, ihr könnt jetzt drauf drücken. Ihr klickt drauf. Und ich kriege eine coole Karte. Beziehungsweise bei Case Clicker habe ich immer All-Insom mitgewonnen. Oder coole Jackpots. Und das machen wir jetzt auch. Ihr klickt ja jetzt drauf. So. Ihr klickt drauf. Und es ist... Es ist... Was ist es? Was ist es? Ist es eine Missgeburt? Nein. Ich weiß es nicht. Es ist eine Legendary. Es ist eine Legendary. Die Kiste war teuer. Yes. 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 Fucking yes. Yes. Oh. Oh. Ich habe es euch gesagt. Wenn ihr drauf drückt, ist es gut. Es ist super gut, wenn ihr drauf drückt. Hat es sich gelohnt? Ich weiß es nicht. Das Ding hat 40 Euro gekostet. Aber holy shit. Es ist die fucking Princess. Es ist die fucking Princess. Holy shit. Wo kommst du rein? Dieses Deck sehe ich gerade in Royal TV super oft. Das ist sau oft vertreten. Deswegen tausche ich jetzt die Bogenschützen aus. Und oh. Bist du scheiße. Es glänzt. Es macht bling bling. Das ist eine gute Karte. Oh. Ich freue mich. Ein bisschen freue ich mich. Auch wenn das Ding schweineteuer war. Könnt ihr sogar einen Spiegel nehmen. Den Spiegel könnte ich zweimal Prinzessin machen. Oh. Das wird super. So. Ich habe jetzt einen Slot frei. Wir testen die Prinzessin aus. Ich will die Prinzessin austesten. Eigentlich will ich sowas nicht in Case Openings reinpacken. Weil die sollen nur zum Case Open da sein. Okay. Wir fangen mit dem Elixierversammler an. Wir warten noch ein bisschen. Wir warten ein bisschen. Und jetzt. So. Mal gucken. Was droppst du? Du droppst den Bommenturm. Ist okay. Ist super. Kann ich ein bisschen Elixier sammeln. Der pumpt. Der pumpt. Der pumpt. Und dann setzen wir unsere Muskel aus hinten. Und der ist auf links. Der wird links gehen. Wette ich mit euch. Habe ich es euch gesagt? Ich habe es euch gesagt. Der wird links gehen. Ich glaube. Die Tendenz von den meisten Spielern ist immer auf die rechte Seite von ihrer Sicht aus zu gehen. Oh. 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 Ich penne ein bisschen. So. Wir freezen das Ganze. Und jetzt habe ich. Okay. Habe wieder vergessen zu kommentieren. Das tue ich öfters irgendwie. So. Zack. Oh. Come on. Jetzt die Prinzess. Jetzt die Prinzess. Piu. Oh. Ist sie schön. Oh. Ist sie schön. Die gefällt mir. Ich möchte Liebe mit der Macht. Ich kann den fucking Bogen. Oh. Der hat auch eine. Come on. Das ist unfair. Das ist unfair. Wer hat denn die fucking Prinzessin? Ey. Seht ihr? Hätte ich Level 8 Pfeile gehabt, wäre der tot gewesen. Wäre seine Prinzessin tot gewesen. Aber. Boah. Ich finde die super. Ich finde die echt super. Jedes Deck, was ich hier jetzt aufbauen werde, wird die dabei sein. Ich mache irgendwie 20 mal Riesen oder so und einmal Prinzessin. Nur weil ich kann. So. Ich pompe ein bisschen Elixier. Okay. Bisher läuft es gut. Ich habe einen Turm von ihm gesnackt. Das läuft super. Das läuft super. Das gefällt mir. So. Der wird wahrscheinlich pushen oder Bombenturm setzen. Mal gucken. Was wirst du machen? Äh. Wenn du was machst. Okay. Bombenturm. Sogar recht weit hinten. Oh. Cool. Das gefällt mir. Warum gefällt mir das? Weil die Prinzessin dann weiter hinten stehen kann und den Bombenturm oder nur den Turm angreifen wird. Deswegen. So. So. Wir pushen. Wir pushen. Wir pushen. Oh. Der Drache. Fuck. Okay. Der Drache ist nicht so geil. Aber die Prinzessin sollte ihn angreifen können. Plus den Mosketier. So. Oh. Oh. Fiese Falle. Fiese Falle. Egal. Zack. So. Die Prinzessin. Die Prinzessin. Die ballert nach links. Die ballert nach links. Oh. Bist du schön. Oh. Ich finde die schön. Die ist so richtig schön. Die gefällt mir. Ich habe richtig Liebe mit der machen. So. Double Prinzessin. Bitches. Okay. Das war nicht so schlau. Das war nicht so schlau. Weil die Baban. Die werden die snacken. Genauso wie die Walküre. Egal. 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 Ich bin hier volle Kahn im Vorteil. Okay. Okay. Äh. Ich habe gejampt wie sonst was. Aber es hat sich vielleicht auch hoffentlich gelohnt. Oh. Der freest schon wieder. Äh. 19 Sekunden. Come on. Prinzessin. Zack. Come on. Come on. Come on. Come on. Aber ich hätte vielleicht freesen sollen. Egal. Der holt sich ein Turm. Ich habe beide Türme. Äh. Kann ich verkraften. Zack. Komm. Freeze. Die hat so eine schöne Range. Die Prinzessin. Das ist echt krass. Superschöne Karte. Ich habe ein Match gewonnen. Ich habe wieder ein bisschen Trophies gesammelt. Und sogar mit zwei Türmen. Was bin ich so nicht häufig passiert. In Arena 7 sind die Gegner immer. Es ist das beste Opening aller Zeiten. Was ich je gemacht habe. Wahrscheinlich. Was ihr je gesehen habt auf YouTube. Pures Gold. Hätte ich noch irgendwie Pekka zweimal bekommen. Oder viermal den Prinzen. Oder es wäre ein schönes Deck gewesen. Auf jeden Fall. Dieses Deck funktioniert gut. Hat bisher ganz gut geklappt. Wenn ich die Pfeile auf Level 8 kriege. Dann kann ich auf jeden Fall andere Prinzessin fertig machen. Und das wird mir einen extrem guten Vorteil bringen. Das war das Super Magical Case Opening. Ich hoffe es hat euch gefallen. Mir hat es gefallen. Ich habe schon sogar vergessen. Dass es sich fast 40 Euro für eine dumme Karte ausgegeben hat. Und da muss man sich mal vorstellen. Ich könnte mir für 45 Euro richtige Spiele kaufen. Richtige Spiele. Geile Spiele. Dark Souls 3. Keine Ahnung. Irgendwas Geiles. Aber ich spucke. Ich spucke. Ich bin so aufgeregt. Ja. Punkt. Egal. Daumen hoch. Hier oben rechts klicken. Da findet ihr weitere Case Openings. Die genauso geil sind wie das hier. Und gebt mir Flosse. Lopper.